Wenn man so durch Berlin fährt und läuft, dann sieht man eigentlich an vielen Ecken Graffiti. Sind diese Graffiti sehr alt oder sind die neu? Wir wollen wissen, ob Graffiti noch angesagt ist, ob das irgendwie die Szene noch bewegt oder ob das eigentlich schon die Alten sind, die wir uns jahrelang immer anschauen. Wir sprechen mit einem Insider der Szene, der uns ein bisschen was über die Motivation erzählen kann und mit einem Rechtsexperten. Jetzt geht's los! Ich würde sagen, ich war ungefähr 13, als ich mich begann, dafür zu interessieren. Ich habe vorher so ein bisschen Street Art gemacht, also Sachen ausgeschnitten, auf Plakate gesprüht und dann irgendwie verklebt. Später hat mich das einfach nicht mehr interessiert. Das ist so in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ich fand es irgendwie einfach nicht mehr interessant und ich fand Grün, also Graffiti richtig, irgendwie ein bisschen authentischer. Ich selber fand es eigentlich nur interessant, weil es irgendwie so in klein klein so eine Gesetzesübertragung ist. Das fand ich witzig. Ist so, wenn man so will, irgendwie ja genau eine Revolution, aber in ganz kleinem Rahmen. Es gibt auch sogar zwei Gesetzestatbestände dazu. Es gibt die einfache Sachbeschädigung und es gibt die gemeinschädliche Sachbeschädigung. Und man kann sich das auch ganz einfach vorstellen. Wenn Sie jetzt einen Kiosk irgendwo besprühen, der schon völlig zugesprüht und zugebombt ist, dann liegt das vielleicht nicht ganz so schwer für einen Richter, der darüber urteilen soll, wie irgendwie eine alte Sandsteinbrücke irgendein Denkmal oder ähnliches. Es gibt ja diese Broken-Window-Theorie, wenn einmal irgendwie irgendwas hingemalt hat, hingeteckt hat, wie auch immer, dann können auch alle anderen was machen. Wer ist denn eigentlich in der Regel der Sandsteinbrücke? Es sind die Hausbesitzer, die Hauseigentümer, die das feststellen, am nächsten Tag die Polizei rufen und sagen, meine Haushand wurde besprüht. Und es sind auch Polizeibeamten, die speziell auf Streife gehen und das hier in Berlin absuchen. Und immer mehr mit der Zuhilfenahme von Überwachungstechnik, sprich Wärmebildkameras, Helikopter, Drohnen, die dann über Zugbildungsanlagen fliegen, über sogenannte Yards, wo Züge abgestellt sind. Und so kommt es dann eben auch zur Strafanzeige. Wie kam es denn überhaupt dazu, zu sagen, ich möchte gerne damit Leute unterstützen dabei? Ja, ich bin in Berlin groß geworden und ich würde mal sagen, dass jeder, der in Berlin groß wird, irgendwie dann mal mit in Berührung kommt. Bei mir war es so über die Musik. Wir haben verschiedene Leute gehabt, die haben gerappt. Wir haben Leute in der Klasse gehabt, die haben gesprüht und ähnliches. Und man kriegt das so mit und man weiß eigentlich, dass das keine Menschen sind, die irgendjemanden vorsätzlich schaden wollen, sondern die sind Künstler, die suchen irgendwo eine Leinwand im Endeffekt. Und das ist dann so, als ich dann Anwalt war und mit den ersten Fällen in Berührung gekommen bin, einfach gemerkt habe, dass das mein Ding ist, wo ich ein Verständnis für die Szene habe. Und ich glaube, dass die Menschen, die das machen, auch bei mir sehen, dass ich Verständnis für sie habe. Und das ist so der Grund, warum ich das eigentlich mache und auch gerne mache. Graffiti ist ja eigentlich eine Art, mit der man relativ einfach mitgestalten kann oder den Platz aufdrücken kann, ey, genau so würde ich gerne die Stadt gestalten. Und meinst du, das spielt eine Rolle oder geht es eigentlich wirklich um das egoistische Ziel gesehen zu werden? Ich glaube, den meisten geht es genau darum, gesehen zu werden. Zumal ja viele, die sozusagen keinen Zugang zu Graffiti haben, die können damit auch nichts anfangen. Die sehen das als Vandalismus. Dieses höher, schneller, weiter Ding. Ist es schon relativ stark oder meinst du, es ist eigentlich gar nicht mehr unbedingt so, dass man in Berlin es auch hat, dass die Leute versuchen, sich mit geilen Aktionen zu übertrumpfen? Es gibt, glaube ich, so noch einen Sohn. Es gibt, glaube ich, einen, die eher sozusagen auf Quantität sitzen und immer so einen Kick brauchen. Dann gibt es andere, die grünen zum Beispiel nur an Lega einstellen. Und die achten dann mehr auf Qualität zum Beispiel. Es ist nicht mehr so wie in den 90ern. Also es war mal, es gab mal so eine Hochzeit des Hip-Hops, des Graffitis. Das war dann auch noch in den 2000ern so. Das hat sich ein bisschen geändert. Das hat sich auch der Style und das Ganze herangehen geändert. Früher war es wichtig, schöne Graffitis zu machen, wirklich die sauber auszugestalten, sauber auszumalen. Heute gibt es auch so etwas wie Anti-Style. Heute sprühen viel mehr Leute, ohne dass sie als teuer abgestempelt werden. Irgendwas, was vielleicht nicht mal besonders gut aussieht, aber was trotzdem zur Graffiti-Szene dazu gehört. Es ist vielleicht nicht, ich denke, es ist weniger geworden in den letzten Jahrzehnten. Aktuell würde ich sagen, es ist ein bisschen mehr geworden, was vielleicht Graffiti-fremd ist. Zum Beispiel Fußballfans, also Ultras oder ähnliches, die ihren Verein einfach promoten und den überall an die Zufahrtsstraßen einer Stadt hinspringen. Ich glaube, dass Graffiti ein starkes Nachwuchsproblem hat. Also es gibt nicht mehr so viel Diebgrün. Das ist meine Wahrnehmung. Ich glaube, Graffiti ist ja zum Teil auch so eine gewisse Art von Selbsterstellung. Und die findet jetzt heute nicht mehr unbedingt im realen Leben statt, sondern vor allem virtuell. Und die Leute haben einfach kein Interesse mehr, sich wirklich auf der Straße darzustellen. Im Internet ist es viel einfacher. Da kann man selektieren, wie man sich darstellt. Ich glaube, das kann ich mir gut vorstellen, dass es vor allem der Grund ist. Ist es schon so generell, dass man sagen kann, dass die Szene sich auch vermischt mit anderen Straftätern in anderen Bereichen, die Graffiti-Szene? Ich würde sagen, dass die Graffiti-Künstler, Artists oder dann auch Straftäter wenig kriminelle Energie haben. Wenn man sowas sieht wie diese Kids, die auf diesem S-Bahnwagen da oben drauf sitzen, dann ist das saugefährlich. Das muss man ganz klar sagen. Und das muss auch unterbunden werden. Das darf keine Nachahmer finden. Das ist einfach gefährlich. Aber an sich ist dieses ganze Ding, es ist eigentlich eine sehr homogene Szene, eigentlich auch eine sehr friedfertige Szene. Es ist auch nicht mehr so, dass es so krassen Bandenkriege gibt. Es gibt Crews in Berlin, die sind durchaus auch gewaltbereit. Der Graffiti-Sprüher an sich aber kommt ja eigentlich aus dem Hip-Hop. Und das ist eigentlich eine friedfertige Kultur. Das heißt ja, man bettelt sich ja extra gerade damit, dass man Bilder malt, dass man rappt oder dass man stretcht gegen jemand anders, eben um nicht zu sagen, ich schlag mich jetzt mit dir. Mir ist es jetzt, wenn, auch das ist ja noch recht eindeutig, dass es jetzt eine Straftat handelt bei einem Bombing oder bei einem gespülten Bild. Und die kommen jetzt zu Ihnen als Anwalt. Was haben wir noch für Möglichkeiten, dass man da vielleicht eine mildere Strafe bekommt? Die Frage nach der Strafe ist eigentlich erstmal sekundär. Erstmal muss man gucken, den Status quo aufnehmen. Warum kommt derjenige zu mir? Was wird ihm vorgeworfen und dann hat das gemacht? Und dann gibt es einfach so verschiedene Möglichkeiten. Ich kann dann telefonieren mit der Staatsgemeinschaft und sagen, er hat es gemacht, ihm tut es leid. Dann kommt eine Konsequenz raus. Oder man guckt sich das Ganze an, vielleicht war es ja doch nicht. Also es ist ja, wenn jemand am Tatort festgenommen wird, ist es relativ eindeutig. Aber wenn es aufgrund einer Zuordnung passiert, weil jemand sagt, na der hat doch früher schon mal ABC gesprüht, dann war ja doch dieses ABC auch. Dann kann man da relativ viel machen und sollte man auch machen, weil nicht jedes ABC von demselben Künstler stammt sozusagen. Für mich ist es in den meisten Fällen wirklich Kunst. Es ist fast immer leider auch eine Straftat. Aber das ändert ja nichts daran, dass es Kunst ist. Und das trägt auch zum Image der Stadt mit bei. Es kommen viele Menschen nach Berlin, die wollen Street Art sehen. Die meisten laufen trotzdem eigentlich, selbst wenn es aufgehört, dann immer noch mit so einem Blick durch die Stadt und gucken sich jedes Bild an und bewerten das irgendwie. Wenn sie so richtig einen Cut machen, dann gar nicht mehr das Grünes machen. Das möchte ich die wenigsten so.